hallo ist die super ich bin im adventure und zwar im shop the koffer de capital oder so ähnlich kann es nicht aussprechen ich bin kein franzose auf jeden fall im adventure und hier der shop von paris of the caribbean und zwar wollte ich meinen teil sein und zwar ist das die wiki maus als pirat das hat doch was oder ist auch niedlich gemacht von hinten die wollte ich zeigen der kostet 19 99 ist der unten schlecht zu sehen ganz klein gedruckt 1990 ja und das war der nächste opa hier aus dem adventureland bis zum nächsten mal